Muli, wie wichtig ist der Wunsch gegen MBC am Sonntag für das Team, für das Klub? Das ist sehr, sehr wichtig. Wir schauen auf den Wunsch für dieses Spiel. Wir wollen unsere Ständigkeit in der Liga verbessern. Das Home-Spiel gibt dir immer mehr Chance, ein Spiel zu gewinnen. Nichts wird leicht sein, aber das ist sehr wichtig für uns. Wie war die Atmosphäre in der Liga nach der Liga in Ulm? Nach dem Spiel, wie immer, niemand war glücklich. Aber wir haben eine gesundheitliche Liga. Die Spieler nach dem Spiel reagieren gut. Ich habe mit ihnen gesprochen und analysiert die Fehler, die wir gemacht haben. Und ich bin sicher, dass wir besser spielen können. Ein paar Worte zu deinem neuen Spieler, Deandre Liggins? Deandre ist ein sehr junger und sehr talentöser Spieler. Er kam gerade in Ulm, das war sein erstes Spiel. Er braucht mehr Zeit. Nicht lange Zeit, aber mehr Zeit. Ich bin sicher, dass wir mit uns noch mehr Tage arbeiten, er lernt mehr. Und ich sehe, dass er sich jetzt besser fühlt. Und ich bin sicher, dass er das nächste Spiel besser wird. Was sind die Dinge, die dir die Hoffnung geben, für ein Winn gegen MBC? Ich sehe die Spieler jeden Tag. Und ich sehe, wie viel sie das Spiel gewinnen wollen. Und wie sie reagieren. Die Spieler geben mir die Hoffnung. Ich sehe, mit einer Zeit auf jeden Fall. Und ich sehe unsere Zeit nicht, wenn wir die Hoffnung nehmen wollen. Vielen Dank.